so möchten sie initialisieren hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft immer noch immer noch was ist immer noch immer noch immer noch auf biomergründung und nachbarschaft nachbarschaftsspähung genau wir halten nachbarschaftswache ach weißt du was ich nehme die blumen mit da wo schnee war ja den sieht man hier nicht mehr ich glaube wir müssen über den berg da gehen aber ich glaube auch hinterm berg was ist hier mit den kühen los ja links rum aber nicht das wir brauchen ich wollte nur wissen ob das auch so ein garten ist oder hat für ein scheiß schweißendrick ach wenn ich hier bin dann nehme ich doch die kuh mit ich lasse jetzt mal leben ich habe so viel ich habe 16 steaks noch nee oh gott was 36 steaks noch roh also kühle ich weiß nicht wie das war als ich hier drei steaks von schweinefleisch hatte und davon ist jetzt nichts mehr übrig oh nischt ja ja ich weiß nicht ich fühle halt immer so mit mit den tieren in minecraft irgendwie am anfang jahren zwischen der summe ich habe halt angst dass sie irgendwann auch sterben könnten oder so nach wenn sie tot sind sparen sie irgendwo anders okay ja guck mal sah aus wie treibsand weil der so dunkel ist für mich sei der aus wie sonnen ja der treibsand der ist ein bisschen dunkler als normaler so wie ich mich kenne kann ich das ähnlich unterscheiden und land dann voll drin ja das machst du dann zehnmal und dann weißt du bescheid wie mit der jetzt auch ich habe müssen irgendwann die wand über der schwimmen da habe ich ja gar keinen bock drauf müssen wir uns ein bötchen basteln ja so eine nussschale was meistens garten watergarten da ist irgendwas hier weiß worte auch so dass auch ich mache den klar wo ist er was mich geschlagen warte warte was war hier drin die watergarten sind so cool was ist denn was ging denn da ab jetzt ich habe hier so algengras drin ein hummer ein hummer eine muschel muss was essen ey schon wieder ob man mit einem hummer so eine hummer zucht machen kann das wäre richtig gut ich glaube nicht schade aber wir sollten mal schlafen ja hört mal schlafen in die tage jetzt geht ja gar nicht was da muss ich mal wieder was futtern ja ich habe gerade auch noch jetzt habe ich die ganze blumen hier wieder gepflanzt das wollte ich gar nicht dort zieht ihr den sonnenaufgang rein warte ich glaube alle meine screenshots sehen gleich aus meine glaube ich auch überall so bunt und dann mit fetter sonne ja aber ich feier es halt auch echt mega wie das aussieht man ja es ist ja cool wir sollten gleich wieder ein öfes öfchen ausstellen und ein bisschen was grillen hier oder sollen wir erst ein bisschen gehen ich brauche halt was zu essen hast du gar nichts mehr weiß nicht was ich davon verbraten kann und was lieber nicht ach quatsch ich habe ja noch die steaks habe ich überhaupt nicht gesehen ach ja dann kann ja jetzt bre Germa ja aber ich gehe trotzdem mal ein bisschen erkunden nebenbei wenigstens da ich 4itz mit übrigens der weggehen einen bräter ist er trotzdem ja ich habe keine ahnung Ich gehe da immer einfach. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Oh, was haben wir denn hier? Nix. Ah, nix. Gehe die Platz nicht. Aber hier. Ja, was hast du? Guck, gehen wir mal hier rein. Eine Höhle. Schon die da? Die sind überall, Mann. Oh, diese war schnell zu Ende. Echt überall. Ich würde sagen, hier gehen wir dann... Wow, ich dachte schon. Weiter an der Küste. Ja. Ah, hier ist noch ein Garten. Was finden wir hier? Ah, Auberginen, ey. Ich hasse Auberginen. Ich finde die eigentlich ganz okay. Die kann man ganz gut machen. Im Ofen mit so ein ganz klein bisschen Olivenöl. Ja. Ach ja. Ich habe einmal bei einer Freundin... Da war... Die waren immer sehr bio drauf, die... Familie. Und da gab es dann mal Auberginenauflauf. Oh, mir wurde schon schlecht, als ich gesehen habe, wie der geschnitten wurde. So eklig fand ich das. Ja. Wow. Boah. Boah. Boah, Auberginenauflauf. Gell, ey. Na ja, also ich finde... Ja, einen Auflauf muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich finde das halt so matschig, weißt du, wenn du es falsch machst. Boah. Ja, das muss schön so ein bisschen gebraten sein, ein bisschen kross, dann ist das okay. Aber so matschig mag ich das auch nicht. Ich bin generell... Ich bin generell... Net mein Gemüse. Net mein Gemüse. Net mein Gemüse. Ich bin generell so ein Konsistenztyp, was bei Essen angeht. Du hast gerade was Cooles eingesammelt. Was waren das? Waren das Ohren wieder? Kaffeebohnen. Okay. Konsistenz ist für mich sau wichtig, ja. Ja, ja. Für mich auch. Genauso wie Schmatzgeräusche, ne? Die sind auch wichtig. Wichtig, dass sie vermieden werden. Ja. Wer hat das von euch noch, dass er bei Schmatzgeräuschen ausrastet? Ich kann mir vorstellen, dass das viele Menschen haben. Ja, es gibt einige. Ich kenne auch ein paar. Wollen wir hier lang? Ja, oder? Ja. Ich kenne auch ein paar, die das gar nicht erfahren können. Finde ich aber auch absolut zu Recht. Also wirklich. Ja, muss ich auch sagen. Aber nur, weil ich halt auch nicht nachvollziehen kann, wie man nicht ausrasten kann. Also ausrasten ist immer so ein bisschen übertrieben, ne? Weil man ist schon eine Nerv. Das nagt schon an einem. Ja, also man ist natürlich trotzdem höflich und brüllt das jetzt nicht so hinaus. So von wegen, äh, halt mir hier im Maul. Da schmatzte gar nicht gepfeffert. Ja, so. Aber man muss auch schon mal so auf die Zähne beißen und sagen, ja, okay, atme mal tief durch. Ja, genau, tief durchatme, weil ich gerade sagen. Ich verstehe halt auch nicht, wieso man nicht einfach den Mund zumachen kann. Ja. Ist jetzt nicht so schwer, weißt du? Das sollte man eigentlich beigebracht bekommen. Ja. Na ja. Wo bist du eigentlich wieder abgehauen? Ich war gerade mit Bären. Ich war eigentlich nur in der Küste. Ja, hallo, ich bin weiter als du. Hallo. Deshalb sage ich doch, wohin du abgehauen bist. Ja, ich bin mir so gegangen. Orange Berry, die haben wir noch nicht. Ne. Die haben wir noch nicht. Jetzt schon? Ich habe auch gerade wieder zwei Bärengarten gefunden. War was Neues dabei? Habe ich gar nicht geguckt. Warte. Ich glaube, langsam können wir nicht mehr so viele neue Bären finden. Aber von den anderen Kram noch. War alles nur Kram, was wir haben. Aber dafür kann ich es essen. Das ist doch super, sag mal. Was ist das denn? Eelgras. Achso, guck mal. Hier kann man das auch abbauen. Ah. Können wir damit auch was anfangen, frage ich mich? Was? Das ist Seegras. Eel steht da. Eelgras. E-E-L. Weiß nicht, was das ist. Warte, dann muss ich mal gucken. Eel. Ja, bei mir auch. Naja, ich wüsste jetzt nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Auch nicht. Aber das war, glaube ich, vorhin im Watergarden dabei. Ah. Ja, gut. Dann ist halt irgendeine Wasserpflanze. Ja, zur Not können wir sie bestimmt anpflanzen, weil wir haben ja dann ein, zwei. Ja. Und was ist das denn? Ein Blümchen. Oh, da freut sich Isari wieder. Ein Blümchen. Ja. Du hörst ja auch gar nicht an wie so ein Mann, wenn du das so sagst. Oh, hier ist ein Berrigan. Oh, hier auch. Oh, ich kann das gar nicht mehr aufnehmen. Mein Rucksack ist voll, bei mir ist alles voll. Was? Dein Rucksack ist schon voll? Bei mir ist alles voll. Oh, krass. Das ist echt übel. Ja, ja. Mir tut es richtig weh, wie ich hier die Trauben liegen sehe und nicht einsam bin. Ich hab eigentlich auch echt viel Platz. Warum münzt du nicht so viel unnötigen Scheiß mit? Ja. Vielleicht, weil ich dachte, dass wir eine längere zu machen und ich noch ein bisschen Platz behalten wollte. Aber mir liegt alles rein. Oh, was ist denn da hin? Was? Da hin. Achso. Ist das ein Berg mit einem Loch? Oh, nee. Okay, bei mir haben nur ein paar... Das ist einfach nichts. Bei mir haben da nur ein paar Pixelblöcke, was auch immer gefehlt. Oh, da hinten ist wieder so ein Garten. Warte, die müssen wir alle kaputt machen, weil da kann Curry drin sein. Hier ist Knoblauch drin und ich kann es nicht auch kriegen. Zwiebel, oh nee. Tee, Ingwer und Knoblauch. Aber mein Inventar ist auch voll. Den Ingwer kann ich nehmen, weil Ingwer habe ich schon mal. Den kann ich stacken. Ja. Hier, den Ingwer habe ich. Gut. Gott, schmeiß ich Staffel weg. Du musst nichts wegschmeißen. Ich habe ja noch Platz. Ja, aber ich habe ja teilweise auch wirklich unnötigen Kram dabei. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Sowas wie ein Dirtblock. Buttergelbe Ringelblume. Ja, die habe ich rausgeschmissen, glaube ich. Achso. Und die hatte ich auch dabei. Ja. Gehen wir weiter an der Küste entlang oder lande ein? Ja, da hinten links rüber, würde ich sagen. Oder da, wo die Berge da sind. Okay. Ich würde gerne mal in ein anderes Biom langsam kommen. Ja, ich auch mit neuen Bäumen. Ja. Guck mal, Berygan, genau. Oh. Die habe ich aufgenommen, aber die esse ich auch. Ja, mach doch. Mach doch. Das interessiert mich nicht, was du machst. Fehlt auch nur in die Ohren. Was haben wir da? Nichts Wichtiges, glaube ich. Irgendwas mit Nelkenwurz oder so. So, so. Nelkenwurz also. Ja. Ich fühle mich ein bisschen an Skyrim-Ellen. Ja. Wenn ich sowas höre. Ja, stimmt. Hierwurz. Heißt das nicht so irgendwie? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt auch ein bisschen her. Aber bei WoW damals gab es auch immer voll viele Wurze. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Pflanzending. Ja, ja. Mit den Wurzenden. So ein Rollenspiel-Pflanzending. Wo bist du denn schon wieder hin? Ich bin oben auf den Berg gegangen, damit ich einen Überblick habe. Ach, ganz oben. Okay. Hier komme Vitali. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob wir hier schon mal waren. Echt? Vielleicht, weil alles gleich aussieht. Ja, scheiße. Ich glaube, ich höre dich irgendwo rum. Ja, ich bin doch an dir vorbeigelaufen gerade hier. Ja, ich habe nicht gesehen. Ich dachte, da hast du mich gesehen. Ich nehme einfach mal ein bisschen Orkwood mit. Orkwood? Was soll der Geiz? Ich habe ja eh keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Eiche? Ja, Hauptsache Eiche mitnehmen, wenn man keinen Platz hat. Oh, da hinten ist ein schöner Berg. Schöner Berg? Schöner Berg. Oh. Ja, lass mal da hingehen. Ich stelle hier mal eine Fackel auf, als Zeichen, dass wir hier waren. Wir waren hier. Ins Holz geritzt, so in den Baum. Ich war da. Ich war da. Oh, das ist sogar ein ziemlich großer Berg. Oh, ist da noch was nachgespawnt. Hm. Ich war gespannt. Da hinten sind wieder Berry-Büsche, aber ab von Berries, die man, glaube ich, im Beet anpflanzen muss. Genau da, wo du bist. Oh, hier ist auch wieder Leafy-Garden. Oh, wir haben hier, das sieht aus wie cool. Cool? Aber warte, das habe ich, glaube ich, schon mal. Oder? Ähm. Ja. Und noch eine Artischocke. Haben wir schon zwei. Guck mal, da hinten ist noch ein Leafy-Garden. Da ist, glaube ich, fast genau das Gleiche wieder drin. Oh, Brokkoli. Ich habe Brokkoli gefunden. Oh, geil. Brokkoli ist geil. Ja, ich liebe Brokkoli noch so wie ich. Jeder, jeder. Ja, Brokkoli ist so echt eines der geilsten Gemüse, ey. Brokkoli ist echt nah an Aubergine dran. Was? Oh, ich sagte, weißt du, da kann ich dir erstmal vertrauen, dass du echt Brokkoli-Fan bist. Nee. Nein. Ey, was gibt es denn gegen Brokkoli zu sagen? Das ist knackig, das ist grün, das ist frisch. Boah, ja, das ist grün. Da haben wir noch ein Problem. Boah, der Berg ist groß. Ist das eigentlich Sand oder ist das ein Marble? Bist du, wo bist denn du schon wieder? Ich bin am Fuße des Berges. Am Fuße? Das ist hier, ähm, das ist hier, wie heißt der? Wie heißt der Drache? Smaugsberg ist das. So, ich dachte, ich meinte doch nicht schreien. Oh, wir müssen schlafen. Stell die Betten auf. Die Feldbetten los, die Feinde kommen, die Russen kommen. Boah. Guck mal, jetzt können wir jetzt schlafen. Es ist doch nach, guck dir doch mal die Bäume an. Ja, können wir schon. Aber erstmal diskutieren, weißt du. Ja, manchmal muss man halt Minecraft ein bisschen reden. Ja, ja. Ähm, guck mal da oben links, da war so eine Einbuchtung, da sah es aus, als ob man da rein könnte in den Berg. Oben links? Da gehe ich jetzt auf jeden Fall mal hin, ja. Ach, da oben links, ich dachte, woanders. Ich dachte, weiter links, weißt du, am Berg links. Achso, nee, nee. Doch, doch. Ah ja, ich sehe, was du meinst. Ja. Ich folge dir, das ist ja so eine schöne Drecktreppe. Ja, dieses ist geil an dem Berg, echt. Ja. Ich kann schneller bauen, ich kann hier gar nicht weiter. Guck mich mal ein bisschen um. Hier sieht alles einfach gleich aus. Add Cent. Ich würde echt gerne mal was Neues sehen. Ja. Wow, hier ist ein... Oh, der ist ja berg in den Mohl. Das sieht sehr spannend aus. Oha. Alles an der Seed. An der Seed könnten wir auch mal ein bisschen mitnehmen, ne? Ja. Neh, mach einfach ein bisschen mit. Geh mal oben gucken, was da noch war. Ich dachte, an der Seed sieht immer ein bisschen anders aus. Ich wusste auch gar nicht, dass es da Cobblestone von gibt. Äh. Bist du bei mir auf jeden Fall bei einer falschen Adresse? Ja. Ich glaube, ich habe hier die ganze Zeit so einen Zombie. Okay, ich noch nicht. Ja, hier ist auch nichts mehr. Hier ist alles zu. Ich glaube, der ist irgendwann zu einer Wand. Na, ich baue einfach mal die Kohle ab. Boah, aber hier könnte man super geil ein Haus machen, was in den Berg reingeht, Mann. Boah. Boah, weißt du, warum es gut ist jetzt? Das Holz einzusammeln, was wir nicht verbauen können oder nicht verbauen wollen, weil dann können wir das alles ganz unbedenklich zu Kisten verarbeiten. Die brauchen wir für die Drawer. Ja, stimmt. Alter, auf zum Bier drauf. Und Eiche. Birk und Eiche. Ja, ich baue das jetzt ab. Boah, aber guck mal, wie schön das ist, wenn man hier so... Au, ach, erst mal Fuß um mich nix, oah. Du bist so ein Lappen, ey. Ich traue mir voll von der schönen Glashütte, die man hier so reinmacht, weißt du, und du bist so ein Lappen, ey. Ach, ja. Ich gehe mal auf den Berg drauf. Der Berg ruft schließlich. Der Berg ruft. Ja. Boah, von oben hat man bestimmt eine krasse Aussicht. Siehst du, deswegen wäre ein Atlas jetzt cool gewesen. Dann könnten wir sowas auf der Karte markieren. Den Berg einzeichnen, das wäre geil. Ja. Dann würde ich hier auf jeden Fall noch eine Hütte in den Berg reinbauen. Auf jeden Fall. Und dann eine Stadt drumherum. Ich finde das halt geil. Da kannst du ein richtig atmosphärisches Licht machen und so. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir einen Atlas haben, vielleicht auch nicht in der Folge, sondern außerhalb der Folge hier nochmal hingehen und die Sachen einzeichnen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so sehen wollt, wenn wir jetzt nochmal lang gehen. Falls wir den Weg überhaupt finden. Ja, das haben die sehen zu wollen. Ganz einfach. Ne, ich glaube eher, dass das so... Wir können halt nicht garantieren, dass wir hier genau wieder lang kommen. Vielleicht kommt der hier woanders lang, wenn wir einen Atlas haben. Kommt dann an eine coole Stelle. Dann wäre das natürlich nicht drauf. Das wäre blöd auf jeden Fall. Ja, das wäre blöd. Weil den Berg hier, den feiere ich auf jeden Fall. Ja. Der ist echt ganz cool. Den kannst du sogar erkennen. Aus ein bisschen Erkernung. Ein bisschen, ja. Also, so nah. Oha. Oh, von hier oben sieht es so krass aus. Bist du ganz oben? Ah, nee, das ist scharf. Das ist auch ein Schaf. Ich sehe dich. Ich bin wirklich ganz oben. Aber hier oben ist auch ein Schaf. Das stimmt schon. Ah, jetzt sehe ich auch deinen Schriftzug. Ajo. 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 Ich seh dich. Wenn man hier weiter geht, kommt man wieder zu Schnee. Hm. Aber hier sind viele, viele Berge. Haben wir uns im Kreis gedreht? Nee, ich glaube nicht. Also zutrauen würde ich es uns. Ja, das ja. Aber ich glaube, also hier sieht es halt komplett anders aus. Meinst du glaubst an dich, dass, oder an uns, dass uns sowas jetzt nicht passiert? Nee, dafür sind wir schon zur Pro, weißt du, nach unserer Höhenerkundung da dem Letz. Ja, ja. Die hat abgehärtet. Ja, die hat definitiv abgehärtet. Boah, das ist sowas wie ein Gletscher. Echt? Ja, hier führt so ein Fluss durch und so. Guck mal, in der Eislandschaft können ja auch coole Dinger sein. Boah, ich muss unbedingt was essen. Scheiße. Ich bin sonst tot. Ich bin sonst tot, du. Hast du was? Nicht so viel. Dann musst du mal hier hochkommen. Haha. Warte, erst die Beeren, die ich hier finde. Andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ich habe eine Idee. Hast du den Ofen? Ja, genau. Du kommst mal zu mir. Ich gehe hier auf die grüne Fläche. Wahrscheinlich siehst du mich jetzt gar nicht, wa? Hallo? Grüne Fläche. Ja, zwischen dem Berg und noch dem anderen Berg. Ah, so weiter rechts von mir. Nehme ich an. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Warte, ich komme hoch. Ich bin hoffentlich auf dem richtigen Weg. Ich hoffe auch. Oui. Ich muss noch ja was essen. Seht zwar deinen Schriftzug noch nicht, aber das ändert sich ja hoffentlich gleich. Hoffentlich. Das wäre sonst blöd. Aber ich brate schon mal für dich auf jeden Fall. Doch, dann bist du nur auf der anderen Seite. Alter, voll der Lavafall hier. Boah, sieht das cool aus. Hier das Wasser zwischen den Steinen. Habe ich doch gesagt, das ist sowas wie ein Gletscher. Was meinst du? Wie nennt man das? So ein Fjord. Ah, ich habe Erdkunde abgewählt. Ne, ich weiß es auch nur von WoW. Aua, das ist halt gut. Hier runtergefallen. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich denn da hoch? Wie bist du denn da hoch? Ich bin an dem ursprünglichen Berg schon an der Seite hoch und bin dann halt einfach immer weitergegangen. Ich baue mich jetzt einfach mit Erde hoch. Mach das. Hauptsache du kommst an. Ah, ich bin noch nicht ganz da. Ach, da bist du. So, jetzt. Na, guck mal. Ja gut, dann würde ich sagen, wir braten jetzt mal in der Pause, weil wir jetzt Pause machen. Es ist schon wieder soweit. Braten wir jetzt mal hier vor sich hin. Dann können wir auch mal alles vielleicht gerade braten. und dann haben wir das schon mal erledigt. Ja. Ja. Ne? Genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mir fällt gerade auf, dass ich noch 5 Steaks habe. Boah, du bist so ein Lappen. Das ist unfassbar. Ey, manchmal sehe ich den Wald von lauter Bäumen nicht. Ja, du hast einfach zu viel Müll in deinen Taschen. Ja.